Ob Bekleidung, Windräder, Autositze, Sofas oder Mode. Für den richtigen Schnitt sorgt der Branchenführer aus Mehrstädten. Die Bulma GmbH. Das Unternehmen aus dem süddeutschen Mehrstädten entwickelt und fertigt automatisierte Maschinen für das Materialhandling, den Materialfluss und den automatischen Zuschnitt. Es sind weltweit bekannte Zuschnittssysteme mit Zu- und Absortiertechnologie für verschiedene Breiten und alle gewünschten Längen. Präzise, qualitätsstark, weltweit bekannt als Made in Germany. Was vor mehr als 80 Jahren als Metallwerk auf der Schwäbischen Alb begann, ist heute einer der internationalen Branchenführer. Bulma fertigt mit mehr als 130 Mitarbeitern für Deutschland, Europa, Asien sowie Nord- und Mittelamerika und Afrika. Das Who is Who der internationalen Automobil-, Möbel-, Bekleidungs-, Grafik- und Windkraftindustrie zählt zu den Kunden des Unternehmens. Sie alle schätzen die Wirtschaftlichkeit und Produktivität, die Ihnen die Maschinen von Bulma für Ihre Produktionen ermöglichen. Auf Basis des individuell erforderlichen Maschinenkonzepts eines jeden Kunden ist Bulma in der Lage, jede Maschine für jede gewünschte Materialgröße und Länge zu entwickeln und zu fertigen. In bester Qualität, absoluter Prozessgenauigkeit mit bemerkenswert professionellem, weit ausgebautem Service und kurzen Reaktionszeiten. Dabei bietet Bulma alle geforderten Lösungen und Services aus einer Hand. Von Maschinen für Schneidanwendungen im Einzel- und Mehrlagenzuschnitt über Materialhandling bis hin zu Lagersystemen. Unterschiedlichste Materialien wie Folien, Stoffe, Leder, Kohlefasern, Kartonagen erreichen mit Maschinen von Bulma Ihre vollendete Form, Ihre Bestform. Umfassender, professioneller, weltweit verfügbarer Service rundet das Leistungsspektrum des schwäbischen Unternehmens ab. Ein Team von 130 Mitarbeitern, Mitarbeiter, die ihre Arbeit schätzen und selbstverständlich über das fachliche Know-how verfügen, die gern Ansprechpartner für ihre Kunden sind und für die Qualität, Service und Kompetenz Alltag ist, machen Bulma zusätzlich zu einem der gefragten Anbieter von Zuschnittlösungen weltweit. Bulma – Cutting Room Technology